Sie müssen mir sagen, in welche Richtung es geht. Ich habe es schon mehrfach gesagt. Das Ding ist, die Kamera sieht, wie du rausstürzt, dann schneiden wir um, dann tauschen wir das mit dem Stuntman aus, dann liegt ja Wiener 1 da, atmet nicht mehr, guckt, wie ich das gerne haben möchte, dann schneiden wir wieder um und du stehst auf. Der Zuschauer kriegt's überhaupt nicht mit. Was, wie war der Anfang? Also, ich... Auto, Auto. Kommt. Ja, Auto kommt. Tür öffnet. Rauskullern. Du, hinfallen, Schnitt, Stunt liegt da, Wiener 1. Nee, falsch. Du musst da liegen, der Stunt muss rauskullern. Entschuldige bitte, ich bin ein bisschen durch den Wind, ich habe noch ganz andere Verpflichtungen heute. Mit anderen Worten, wenn wir es jetzt nicht bald machen, dann brauchen wir es gar nicht mehr machen. Bitte, sei so lieb, schaffe es, mach es nochmal, wir machen es zum 13. Mal, kuller da einfach raus. Wir werden es so, im Schnitt können wir es alles richten. Bitte, bitte, sei so lieb. Tut mir leid für die Unannehmlichkeiten. Nee, macht ja nichts, macht ja nichts. Ich meine, du bist noch nicht lange dabei, wir haben alle mal angefangen. Komm, jetzt sei so lieb. Okay, danke.